Herzlich Willkommen aus Island, beim 8. Dach von unserer Reis. Wir sind am Norden gekommen. Heute geht es bis auf Akureyri, und es steht gerade beim Godafoss. Einer von den ersten größten Wasserfällen, die wir heute in Island sehen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollten schon kurz auf der Karte schauen, was wir heute zurücklegen. Und zwar geht es hier von Mi Watten bis auf Akureyri. Wir sind zu Akureyri gekommen. Das ist die zweitgrößte Städte in Island. Die leiden ganz oben am Norden von Island. Und ich ging so und wir gucken, dass wir mal ein bisschen in den Hei. Musik 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 hier unten auf Hüff am Stangi und wenn er will, könnt ihr euch mit dem begleiten und dann ging ich schon aufs Bistons.